So, da bin ich wieder. Schön, dass ihr gewartet habt. Und jetzt ist die Frage. Okay, das ist es nicht. Also. Irgendwas, sie sagt ja irgendwas mit Altar. Oh. Okay. Ähm, Nanu? Aha, vermutlich muss ich hier jetzt wieder in der richtigen Reihenfolge irgendwas zusammenschlagen. Ah ne, einfach die Relikte ablegen. Ich glaube, das ist der Trick. Und das nächste Relikt. Und das nächste Relikt. Ich bin mal gespannt, was hier jetzt passiert. Sehr geil. Sehr geil. Okay. 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 Wie ist das hier gerade eben nur die Pro vor dem Sturm. Genau sowas dachte ich mir. Aber... Der steht hier mal ein bisschen durch die Gegend. Okay. 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 Und irgendwie... Muss hier ja noch irgendwas sein, um... Da hochzukommen. Ich frage jetzt nur was. Egal. Dann lassen wir es. Dann gehen wir erstmal einfach hier rüber. Wir füllen hier nochmal kurz unsere Lebenspunkte auf, bevor wir anfangen hier richtig Terror zu schieben. Und tatsächlich bin ich sogar noch am überlegen, ob wir nicht lieber nochmal ein bisschen die Waffen aufrüsten. Aber ich finde die Sache mit dem Laserfeuern schon mal ziemlich cool eigentlich. Äh. Äh. Ah. Schweinchen kann hier irgendwas ja gaunern. Äh. 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 Schweinchen kann hier irgendwas ja gaunern. Feuer gegen Feuer. Okay. Doch nicht. Was will er mir damit sagen? Ach. Klar. Odem. Wir haben ja hier noch das Drachen Odem. Gehen. Rumm. Irgendwie komisch. Würde hier noch irgendwas sein oder so? Bumm. Was. Okay. In der Tat ist hier nämlich noch was. Und zwar brauchen wir diese. Diese Startuhr. Und. Jetzt. Wir müssen nicht diese Richtung. Damit wir nicht durch können Nein Also ich hatte Soldaten, du Die nerven mich gehörig Aber es wirkt ein bisschen Irgendwas stimmt nicht Sei gegrüßt, lieber Besucher Ich möchte dir etwas anbieten Aber du musst 500 Münzen dafür bezahlen Du wirst den Preis zahlen Ähm Ja komm, probieren wir es mal So soll es sein Ich hoffe, es hat sich gelohnt Es hat sich gelohnt Die Dinger kosten nämlich sonst irgendwas um die 300 Umso besser Dann wollen wir hier mal Bisschen rumfliegen Weil anscheinend Ist nämlich genau das hier der Trick Wenn ich gerade geguckt habe Irgendwas ist hier noch Aber Da kommen wir irgendwie nicht so ganz durch Jetzt kommen wir hier durch Kommt mir mal hier nicht so frech Wie Drecksvieger So Was haben wir hier Ah Auch Das zählt nicht Sowas mag ich nicht Finde ich gemein Vermutlich werden wir hier nochmal ein bisschen Hilfe brauchen Hilfe brauchen Ich muss sagen, wie hier gerade passiert, dass ich hier so durchgeflitzt bin Das ist schon mal einigermaßen verständlich Ich kann hier irgendwie was schnitziges Und hier irgendwie was schnitziges Irgendwie was schnitziges Okay Moment Wir brauchen den Den Drachen gut Und zwar Auf jeden Fall Hier drüben Ach Klar Und wenn er hier hoch Trullert Dann Hustet er das Ding an Nochmal Was passiert denn? Irgendwas passiert dann Aber was genau Ist noch nicht so ganz klar Jetzt brauchen wir einmal das Oden Damit er aufhört Zu fließen So Jetzt ist er hier oben Sehr schön Ähm Jetzt brauchen wir Sehr witzig Mit dem kommen wir jetzt Da Rüber So Und was machen wir hier? Ah Sehr lustig So Jetzt kommt das Ding runter Okay Mit dem können wir jetzt auf jeden Fall Fahrstuhl fahren So Bomben So Da haben wir so Boom So Jetzt brauchen wir wieder Drachen Plack Dann muss ich hier wieder weg Oh So kann ich das nicht machen Ich dachte das geht so Na dann Muss ich mal So Das war eigentlich der Plan Der Plan war es Dass du hier einfach hochkommst Weil das dauert Definitiv nicht zu lange Das ist hier oben noch Mal gucken Ah Sehr schön Jetzt ist die Tür offen Und vielleicht Muss ich jetzt Die hier einmal Rüberschicken Ernsthaft Wie habe ich denn das geschafft Na das ärgert mich jetzt Aber Und zwar nicht zu knapp So Dafür kann ich dich jetzt Einmal rüberschieben Und du bist Das ärgert mich jetzt Trotzdem hart Dass ich hier meine Lebensplatte verloren habe Boah Hier ist irgendwas Noch versteckt Ganz toll Ah Es war so klar Was war das hier Hey Schlange Nee Ach Fuck Und das nur Weil er gerade eben Einmal nicht gewechselt Einfach nicht vernünftig gewechselt hat So Smack 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 Nein I got it Ich hätte da auf Frosch wechseln müssen Rüber da Schnell Schnell Ähm Rache Ähm Raus hier Wunderbar Ähm Der Der Okay Muss ich das hier an dieser Stelle verstehen Ähm Äh Äh Ich verstehe nicht Ach hier muss ich hoch Dann geht es hier runter Ich glaube ich brauche hier die Die Wolkenstiefel Genau dafür Super Das war richtig gut Gerade So So genommen Bring ich ihn zu etwas an dieser Stelle Hui Und her damit Nö So soll es nicht aussehen Aber hinterher Ist man immer schlauer Aha Irgendwelche Stiefel Jetzt Ist das schon immer so offen Schauen wir mal die Wolkenstiefel an Und mal gucken was wir hier jetzt machen können Irgendwelche nicht Gucken wir was es hier zumindest gibt Vielleicht gibt es hier irgendwas tolles Was wir unbedingt brauchen Ernsthaft Also ich brauche hier Dieses Schlüsselding Damit ich hier überhaupt durchkomme Also Moment Nochmal Hier ist der Schlüssel Einmal darüber bitte Da lang Äh Frei So Und theoretisch Müsste ich jedoch jetzt Wie hohl Ich muss doch hier jetzt Einen Gänzlich anderen Punkt geben Ich probiere mal hier eben Nein Das wollte ich nicht Ich wollte gerade sagen Ich probiere mal hier noch mal Ein bisschen Mein Lebensdrucker aufzufüllen Mit Dem hier Näh Muss es einfach Irgendwas gerade geben Das ist aber auch nicht nett Mit den Mit den Mit den Luft Luftigen Luftdingern Nein Nein Ich muss ihn vielleicht hier irgendwie So ein Fenster werfen Oder so Ich bin ein Drache Ich kann hier ein Drache sein Ja Aber trotzdem lasse ich mich von solchen Blöden Blöden Dingern verunsichern Okay Hier bin ich gerade uns nach Ne Ich bin hier nicht in der Achtsackgasse Denn hier ist was So Ich kann hier wieder mit dem Drachen Rumpf Ladern Äh Roshy Ja mit den Lebenspunkten Und mal ein bisschen Drachy Action Aha So Frosche Action Dann geht es hier lang Da Okay Und jetzt Sieht das Ganze doch ein bisschen Angenehmer aus Glaub ich So Nochmal Diesmal Aber auch die richtige Richtung Hüpft Da entlang Ah Das war der Trick Und 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 Ah, ich seh's gerade. Das Ding kommt da durch. Wenn ich hier runterspringe... Aha! Und... Rüber da. So läuft das hier. Hab's verstanden. Bin gar nicht so doof, wie ich aussehe. So, was auch immer jetzt... Was ist das jetzt für eine Mission sein soll? Aha! Okay, brauchen wir Frosch. Was ist denn da unten? Aha! War's das jetzt nicht? So, hab ich denn mit... Toll. Was hab ich denn hier? Irgendwas hab ich hier? Aha! Ein Kristall. Wenigstens etwas. Trotz allem ist es noch nicht das, was ich eigentlich möchte. Ich möchte irgendwie hier hoch. Ist da was? Fliegt da einfach hoch. Oh, ich kann aber nicht einfach so hoch fliegen. Ich glaube fast. Es ist hart... Ja. Es ist hart abhängig, wie diese Dinger hier stehen. Oh, ist das ekelhaft. Das sind so die richtigen Rate-Rätsel hier gerade. Okay, es muss irgendeine Konstellation geben, die es mir erlaubt, dass ich hier irgendwie hochkomme. Wieso ist das nicht? Das ist ein bisschen schneller die Dinger hier hin. Moment. Das ist echt lächerlich hier gewesen gerade. So, einfach mal alles hier platzieren, was mir in den Weg kommt. Aber hier war noch mal so ein Ding, was... Okay, was war jetzt hier oben noch mal? Nichts Problem. Wir müssen noch mal mit der Schlange und Naboten flattern. Das war jetzt nicht das Drama. Sondern das Drama müsste gewesen sein. Äh, wo bin ich denn jetzt hier? So, da bin ich. Jetzt müsste ich irgendwo oben sein. Muss ich immer irgendwo oben sein? Was für ein Schwachsinn ist das denn bitte? Ich meine, das hat ja nicht mal was mit einem Rätsel zu tun oder so. Sondern es ist einfach nur... Nerv, 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 nerv. Ach, Moment. Ich muss da... Links... Äh, rechts. Dann da hoch hüpfen. Dann nochmal hüpfen. Dann dann wieder nach rechts. Da muss ich jetzt Schlange entlang laufen. Blade. Warum? Warum bin ich hier? Warum bin ich hier? So, jetzt bin ich hier richtig. Äh, kann man fliegen. Also nochmal. Jetzt sehen wir's. Da lang. Dann da lang. Dann. Da lang. Hier muss ich auch wieder Schlange irgendwie unterhalten. Hä? Was zum Henker ist das jetzt schon wieder? Ist nicht deren Ernst. Auch das noch. So, wo ist denn dieser komische Schalter? Ich sehe keinen Schalter. Der dafür sorgt, dass man hier irgendwie runterfällt. Das ist echt zum Mäusenmelken hier. Okay. Ich bin jetzt wohl irgendwie ein bisschen weiter. Ach ja, da oben waren nochmal Blöcke. Ganz vergessen. Äh, nervig. Das war ja wohl richtig ab. Einfach nur nervig. Aber wir sind bald da, wo wir hinwollen. Trotzdem gibt's hier jetzt erstmal einen kleinen Cut. Bis zur nächsten Folge und so. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.